Ich bin erstmal gar nichts, weil anscheinend die Technik nicht funktionieren. Auch schön. Ach, Leute. Okay, ich glaube, jetzt klappt es soweit wieder. Das ist echt schön, wenn es mit der Technik erstmal nicht hinhaut. Wenn man kurz das Intro machen möchte und dann erstmal alles abstürzt. Also ich hoffe, dass ihr mich hören könnt. Wenn nicht, dann nehme ich das Ganze jetzt einfach nochmal auf. Ansonsten hoffe ich, dass sowas alles klappt und würde es jetzt mal kurz knapp halten wollen. Hallo und willkommen. Ich bin Christian Grüßer aus dem wunderschönen Halle an der Saale, dem Hauptquartier von der Seminar, wo ja auch die Online-Gasse dazugehören, wo zur Schmierstatistik.de dazugehört und verschiedene andere. Und ich möchte mich an euch wenden in diesen Homeoffice-Zeiten, in dieser goldenen Ära des Homeoffice. Zum einen mit vier kleinen Tipps, die ich mal zusammengetragen habe, plus einige Links, die findet ihr dann in der Beschreibung dieses Videos. Und würde euch dann am Ende auch noch einen weiteren Tipp geben wollen. Aber erstmal, meine Erfahrung mit Homeoffice reicht zurück ins Jahr 2011. Also inzwischen ist ein bisschen Erfahrung vorhanden. Und da kann ich sagen, die wichtigsten Tipps, die ich geben kann, deswegen trage ich es nämlich auch gerade als Outfit, das wäre nämlich mein wichtigster Tipp. Gesundheit. Macht A. Pausen und B. Sport. Pausen für das psychologische Gleichgewicht, Sport für das physische Gleichgewicht. Und das kann ich nicht stark genug betonen. Macht was, bewegt euch, sei es, dass ihr drinnen ein bisschen tanzt, dass ihr ein paar Übungen macht, mit Eigengewicht arbeiten, sei es Liegestütze oder sonst was. Ich habe auch schon Leute gesehen, die sind bei sich zu Hause klettern gewesen, sofern ihr das machen könnt, gerne. Aber bewegt euch, tut einfach was. Der große Vorteil von Homeoffice ist nämlich auch der große Nachteil, ich habe einen kurzen Anfahrtsweg. Das heißt, am Tag komme ich nicht auf meine empfohlenen 10.000 Schritte, definitiv nicht. Ergo, Sport machen und wie gesagt, auch Pausen machen, sonst macht euch das Selbstmord kaputt. Dann zweiter Tipp, also Pausen machen, beziehungsweise auf die Gesundheit achten, als erster Tipp. Als zweiter Tipp, sucht euch einen eigenen Raum oder einen abgeschlossenen Bereich eurer Wohnung. Wenn ihr kein eigenes Arbeitszimmer habt, wie hier, da kann ich die Tür zumachen, da gehe ich morgens rein, abends wieder raus, mache Mittag, was auch immer. Wenn ihr das nicht habt, dann sucht euch einen abgeschlossenen Bereich oder irgendwas anderes, wo ihr halt quasi so gedanklich Tür zu machen könnt, um euch a. zu konzentrieren und b. dann eben auch Feierabend machen zu können später. Also erster Tipp, Gesundheit. Zweiter Tipp, schafft euch Räume für eure Arbeit. Dritter Tipp, betrachtet es als Arbeit. Homeoffice, Hersteller Prokrastination. Homeoffice ist ein Office. Es ist eine Arbeit. Es ist ein Arbeitsplatz. Bitte betrachtet es auch so. Das ist psychologisch teilweise echt schwierig hinzubekommen, so eine Trennung hinzubekommen. Aber Arbeit ist Arbeit. Dritter Tipp. Und vierter Tipp, Freizeit ist Freizeit. Also wenn ihr mit der Arbeit fertig seid, räumt sie weg, schließt sie ab und seid damit durch. Kann ich auch nicht stark genug betonen. Denn speziell im Homeoffice, Hashtag Selbstausbeutung, haben wir häufig das Problem, dass wir selbst zu viel arbeiten, weil wir vielleicht ein schlechtes Gewissen haben, weil wir dann doch ein paar mal zu häufig Netflix geschaut haben oder vielleicht ein paar YouTube-Videos. Hallo an der Stelle, wir haben übrigens auch einen YouTube-Kanal, packe ich euch vielleicht auch gleich mal in den Show Notes mit rein. Aber für die vier Tipps erstmal, also achtet auf eure Gesundheit, schafft euch eigene Räume für die Arbeit, betrachtet die Arbeit auch als Arbeit und wenn ihr Feierabend macht, macht auch wirklich Feierabend. Sei es, dass ihr den Raum abschließt oder eure Gerätschaften wirklich wegpackt, verschließt, dass ihr sie eben nicht mehr im Auge habt. Also schafft euch ein System, schafft euch auch eine Form von Traditionen, Ritualen an der Stelle. Das hilft enorm, kann ich aus eigener Erfahrung bestätigen. Und was ebenfalls enorm helfen kann, ist der Campus. Da habe ich nämlich einen kleinen Tipp für euch. Geht einfach mal auf www.der-seminar.de slash campus Wir haben gearbeitet und gearbeitet, um eine Homeoffice-Plattform für euch und auch für uns hier im Startup-Team fertig zu bekommen. Wir sind gerade noch dabei, so ein paar kleine Kinderkrankheiten auszubügeln. Das ist nichts, was die Funktionalität beeinträchtigt. Eher kleine, irritierende Meldungen, die halt vielleicht mal auf Englisch lauten, mal auf Deutsch. Also da sind wir jetzt gerade noch so ein bisschen dabei, ein paar Korrekturen vorzunehmen. Das Softwarepaket an sich läuft perfekt und, schöne Nachricht für euch alle, die ersten 100 Leute, die sich anmelden, bekommen es Lifetime for free. Normalerweise kostenpflichtig, aktuell aufgrund der Corona-Zeit, speziell für Lehrer, Ärzte, Pflegepersonal und KMUs, die halt einfach mit der Corona-Phase zu kämpfen haben, bieten wir das Ganze kostenlos an. Insofern meldet euch an und vor allem schickt euer Feedback. Wir sind da sehr, sehr gespannt drauf. Am Ende soll die Plattform für euch sein. Wir hätten einfach gerne die Meinung dazu. Also wie gesagt, kurze Zusammenfassung nochmal. Meine vier Tipps. Erstens, achtet auf eure Gesundheit. Zweitens, schafft euch Räume. Drittens, betrachtet die Arbeit auch als Arbeit. Viertens, wenn ihr fertig seid damit, macht auch mal Freizeit. Und quasi fünftens, ich würde mich freuen, wenn ihr euch bei der Campus, www.der-seminar.de Ich packe es euch auch alles nochmal in die Show Notes mit rein. Wenn ihr euch da anmeldet, registriert und uns dann Feedback gebt, wie ihr es findet. Wir wollen die Software selbst verbessern und hätten dazu gerne eure Meinung. Ansonsten, mein Name ist Christian, ihr seid bei der Seminar im wunderschönen Halle an der Saale und wir sehen uns bald wieder. Ciao.